hallo und herzlich willkommen zurück zu hier waren wir stehen geblieben ich wollte das ding mitnehmen ich bin heute ein bisschen zittrig was nicht geht ich kann es hier nicht hinstellen warum denn oder kein ton will die nicht alle nach unten werfen okay dass man mal die dinger hier weg 10 10 ist vielleicht ein bisschen viel ward das geht nur beim aufnehmen jetzt nicht ja ein ballern mal genug im vorrat haben so wird schon gleich wieder dunkel das bienchen wird mich ja nicht angreifen wollen oder ja bin ja schon weg ich bin ja schon weg nicht auf der brücke sonst geht er kaputt das ist und ich ab hier ok ok eine weniger ich höre dich ich höre dich bin ich mir nicht ganz sicher ob man da oben steht installiere die vergrößerungszelle ob das mit dem anderen ende überhaupt funktioniert da ich ja die vergrößerungszelle habe aber ich habe sie noch nicht installiert das schon mal gut ich habe eine ganze menge von dem zeug hier was ist das denn jetzt nein die zwei aber wichtig wird er los mit mir nicht zitter am ganzen körper also im real life macht es ein bisschen schwieriger auf einer engen drücke rumzulaufen dann geht es wieder zur brücke und vielleicht erst mal ins bett und sieht man nämlich nix und sieht man nämlich nix selber nicht stellt euch vor in eurem teich würden die fische solche geräusche machen man 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 schlafen wir schlafen bei 6 uhr noch mal zum essen ne echt nicht Ja, dann muss die Laus hin Du bist keine Laus Gründe Wie Keine Laus Ach, komm jetzt Dich kann man nicht essen Deren ernst Die Läuse weg Glaubst du ja nicht Nicht normal Hallo, Läuse Was seid ihr Hier noch ein Tropfen Ja, aber ich komme nicht ran Okay Da war es Wo ist er hin? Ne, da laufe ich nicht hinterher Ich gehe mal da zum Läuse Spawnpunkt Der dann ungefähr hier irgendwo ist Die Dinger nochmal Ja, ich habe dich gesehen Komm jetzt Ich will bauen Hau ab Ganz normale Ja Trinken Halt So Blubblubblubb Oh, ich habe so ein Versiver gekriegt Ein Org Versiver Ich habe echt Probleme Warum ist das heute Morgen so Die Maus ruhig zu halten War heftig Was, wenn ich mich erschrecke oder sowas Und den In die Hand Wenn ich es vom Boden Aufnehme Ips-Ton Und aus der Palette Nicht Geht's darin Ja, schon gut Abbruch Und hinten Innenrücken Ich glaube es ja nicht Ne, jetzt sind es zwei Komm her Zwei weniger Die mir da hinten Stress machen Ach Aber es gibt noch genug von denen Okay Das sollte doch reichen Zwölf Platten Habe ich denn noch so viele 10 Ja Und ich Haben Und nicht gleich wieder mehr Aus der Hand gestupst werden Und dort versperrt Das heißt Zwei Platten noch Und dann sind wir durch Und dann habe ich noch zwei Über Okay Und dann schauen wir Na Nee Nicht dein Ernst Hab doch nur Da lagen doch noch vier Nein 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 Ganz falsch Ganz, ganz falsch Das wollte ich Eine Grasplatte Ne, zwei Ich nehme alles mit Da lag noch einer So läuft das, ne Wenn man nicht aufpasst Macht man erst zweimal So, so Gehüpft Ein paar Stück Okay Das sieht doch gut aus, ne Darunter wollte ich noch nicht Und jetzt das hier mitnehmen Und das da hinten Wenn ich hier runtergehe Komme ich ja nie mehr raus, oder? Ich habe ja auch den Typen nicht dabei Also Wendel Also geht es jetzt erstmal hier hoch Ich nehme das mal in die Hand Hier was Ein Pünktchen 500 Punkte Und ein Zehnchen Aber erst gucken wir uns hier mal ein bisschen um, ne Wo kommen wir denn hier hin, wenn man ganz nach oben springt Ich würde sagen Ganz nach oben Aha Und Gabi Was höre ich denn da? Äh Was hört man da? Moment mal Ach guck an Gibt es denn ne Mutte? Okay Die Mutte Wie soll ich denn da rankommen? Das ist ein bisschen komisch Okay Aber Hier geht es doch auch lang, ne Wenn man hoch springen kann So Da sind wir doch Kann man hier runterfallen? Ne Ja, komm gleich Problem gelöst Milchmuller Und jetzt haben wir Zwei weise Kann ich nix mit anfangen Und hier oben Gibt es halt nur noch die Motte Wie kann ich die denn anballern? Können wir das mal testen? Ah Ja, vielleicht Ich müsste die mal Erst piepen, ne Dann kann ich die hier oben runterschießen Irgendwie so Ne Ich benötige Brechwerkzeug Wenn ich brechen Nicht die von da oben runterbekommen Ja, ich höre dich Aber ich komme noch nicht an dich ran Irgendwie Warte noch mal So, und jetzt? Hier so Wobei, hüpfe Komme ich auch nicht hoch, ne Kann es mir nicht vorstellen Dass ich hier hochkomme Dann lasse ich das Aber Ich werde mir den Zahn hier unten noch Holen Wenn es geht So, das Scheint zu gehen So, nu Ist dir sonst noch was besonderes? Hier hinten vielleicht Hm Sieht irgendwie nicht danach aus Okay Ich versuche mein Glück mal hier Ah Guck an Mehr Das habe ich hier gebraucht Geld Hammer zu verbessern Aber Kommt man dann hier auch wieder raus? Hm 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 Naja Hier vielleicht Ähm Schwierig, ne? Vielleicht unter der Burg In die Burg In die Burg Hier rein Hm Also Das sehe ich hier nicht, ne? Oh, aber Hallo Aber ich nehme mich doch gerne mit War jetzt Zufall Nicht runterfallen Nicht runterfallen Nicht runterfallen Offen Wenn ich denn da rankommen Wenn wir auch blöde hier platziert Komm ich doch im Leben nicht ran Genau wie hier Die da stecken, ne? Da komm ich doch auch nicht ran Ähm 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 Aus der Perspektive geht das Nee Das hier dann vielleicht auch so Nein Nein Ah Nee Da bin ich abgerutscht Was ich nicht gut finde Ähm Wie kommt man hier raus? Warte mal Wenn das nicht immer gleich so viele wäre, ne? Könnte man ja einmal kaputt schlagen Und analysieren Irgendwo klar, ne? Komm Vielleicht nur einen Aber Das sehen wir dann morgen Wie es weiter geht Da schwimmen die Fälle davon Ich sage, danke fürs Zuschauen Bis morgen Habt euch gut und Tschüss Tschüss